Do we drop tonight? Hey liebe YouTube Freunde, willkommen zu Gem Warface. Ja, wir spielen! Heute mit der R16A4 Gold auf der Map Cemetery. Das ist die Halloween Map von Crytek oder von Warface. Und ja. Einfach nur ein heutiges Gameplay. Einfach so chillig mal hier sitzen und ein bisschen was zocken. Außer jetzt hier dieses ganze Gedönse. Und hinter mir. Na super. Hab ich nicht gehört. Sorry Leute. Sorry dafür. Einfach heute eine chillige Runde. Warum nicht, ne? Weil, ja, kam jetzt wieder lang nicht mehr und jetzt kommt mal wieder einfach eine chillige Warface-Ründchen. Für euch. Jo, Sniper, du kannst mich mal... ...ass lecken. Ah, der kriegt keinen Headshot. Na super. Ich seh überhaupt nichts. Merkt ihr das schon? Ich hab heute... Fällt schon super gut an. Also, so schnell sind die Gegner heute nicht. Aber... Ich bin heute irgendwie nicht so... Ja! Eine Nade springt zurück! Guck mal, ich kann hier rüber. Hey! Okay, einen hab ich. Noch einen hab ich. Noch einen hab ich. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, Jungs. Sie hören uns ruhig. Ganz ruhig. Ey, ich bin heute so... ...top motiviert. Boah, ho, 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 ho. Ich muss flaschen. Wurde geflasht. Ich bin so am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ja, lol. Wieso muss es dann ruckeln, wenn ich einen töte? Das kann nicht sein. Scheiß Wurfes! Das kann nicht wahr sein. Es ist heute ein bisschen ruhig. Entschuldigung dafür. Ähm, ja. Was soll ich heute eigentlich erzählen? Heute ist nix besonderes passiert, außer dass ich halt einen Gameplayer spiele. Und es relativ gut läuft. Äh, ja. Crytek will ein paar Hotfix einführen. Oder abgeben. Dass Warface besser läuft. Mal gucken, ob die das wirklich durchziehen. Das bezweifle ich mal, dass das besser funktioniert dadurch. Lächerliche Scheiße. So funktioniert's, ne? Es läuft eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Ähm. Ohohoho. Jumpshot und nichts gesehen. Aber getroffen. Einfach so. Geht relativ gut. Geht klar. Ja. Ja. Mates. Ihr. Er hat keine Hits bekommen, weil er noch Spawnshots hatte. Ich mach' ein bisschen Spawnshots. Das tut mir erstmal leid. Ach. Da war doch einer. Ich hab'n gesehen, dachte aber das wär' nur, äh. Wieder so'ne Illusion, die ich manchmal so habe. Ne? Also, ist scheiße. Ist scheiße. Ist definitiv scheiße. Die Rose ist auch relativ leer, muss ich sagen. Oder ich seh' halt keinen Gegner. Entweder Block Report. Ohohoho. Er schimmelt da. Ah, okay. Okay. Dann hol' ich mir den jetzt von hinten. Schau' mal auf. Ich zeig' euch mal, was Skill ist. Zeit. Ha. Das war Skill. Habt ihr gesehen? Daneben. Na? Mein Kleiner. Ha. Headshot. Aber dem hab' ich nen Headshot gegeben, dem Sack da oben. Er hat das voll verdient. Der campt sich da oben eine. Zurecht, ey. Da denkt man sich so, was für ein Lappen. Ich bin zwar selbst ein Lappen, aber ich kann halbwegs gut spielen. Auch wenn ich nichts kann. Na, was? Bewegt der sich so viel? Der bewegt sich so schnell. Da komm' ich nicht mal hinterher. So wie der gerade ist. So hinten her, links, rechts, fort, zurück. Da komm' ich nicht hinterher. Ich bin Rich74, mein Freund. Moment. Der nicht. Schön umgranitet. Nein! Da kam dieser Gegner vorbeigesprungen. Trifft mich nicht. Und ich mach' ihn vor den Marker. Alles klar. Lappig. Lappig, 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 lappig. Aber läuft relativ gut. 15,8 ist doch schön und toll. Ja. Was mach' ich jetzt die nächsten Zeit erstmal? Oh, das war mies. Blo unsere Visional. Oh, das war alles. Macht das für jemanden? Alles klar. Oh shit. Und so... 버무� generator. Butter keinen. Boah, zwei Headys. Das ist schön. Das ist sehr schön, muss ich sagen. Ich wurde angewaked. Das ist schön. Aber jetzt gerade sehr, sehr ermüden, muss ich sagen. Wall, okay. Ja, läuft gut. Wir gewinnen. Wir spielen heute nicht gegen so Noobs, ne? Also wir spielen nicht gegen Noobs, kann man sagen. Wir sind relativ gut. Und ich wurde wieder gewaked up. Ich disconnecte gleich, wenn ich noch einmal gewaked up werde. Oh, Sniper. Oh, Sniper. Oh, Sniper. Entschuldigung. Ja, was soll ich noch erzählen? Cemetery, glaube ich, heißt die Map. Cemetery. Eine schöne Map, gut gemacht, muss ich sagen. Es ist eigentlich die Farm-Map ein bisschen ungestaltet. Ähm. So, komm her. So. Komm her. Okay. Okay. So. Okay. Okay. So. So. Das war schön. Das war auch schön. Schön gemacht. Schön gemacht. Definitiv. Oh, der hat geschluckt. Der ist low. Der ist low. GG, Mann. GG. Richtiges GG heute. Das war eine schöne Runde. Einige sind sogar disconnected während des Spiels. Das finde ich schon mal sehr schön. Aber ist ja nicht schlimm. So, wenn es uns gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.